Ich warte jetzt hier, ja, ich lass mir Zeit. Ach du Mane, das ist nicht zu fast, das ist gar nicht auszuhalten, das Ganze. So, das kann ja echt klappen. Das ist gerade so spannend, ich kann gar nicht reden, weil das so spannend ist. Das ist zu spannend gerade, das ist zu spannend. So, jetzt muss der eigentlich auch nochmal vorbeigehen, damit das Ganze echt perfekt ist. Eieiei, das ist nicht... Boah, ja, was macht der denn auf der Karte? Das ist ja echt irritierend. So, ey, einen hätten wir dann schon mal, denke ich mal. Gut, jetzt einmal runter. Alter, da geht ja auch noch einer rum. So, der ist jetzt erstmal auf dem Weg nach irgendwo hin. Das ist kein Problem für uns, wir haben noch zwei Minuten Zeit. Das kann man schaffen, auf jeden Fall. Das ist nicht unmöglich. Ich setze mich mal hier in die Ecke, ich hocke mich mal hier so rein mit meinen geilen Winterstiefeln und so. Wenn der jetzt nochmal vorbeikommt, ist das Ganze möglich. Ich habe eine Minute zum Zurücklaufen, das wird knapp, das wird sowas von knapp. Vor allem, ich denke dann auch, ich müsste da einfach an ihm vorbeilaufen, auch wenn die mich sehen. Das Gute ist, der hängt ja schon mal hier, der Schlüssel, der hängt schon mal hier. Nicht, nein, was machst du denn? Eine Minute zwanzig. So, Steuertaste. Und jetzt rein damit. Das Ding fliegt jetzt hier in die Luft, oder? Kann das sein? Oh, oh. Oh, oh. Stahl. Jetzt wird es interessant. Was ist falsch? Warum ist der Lauf nicht zuvor? Wir schauen in die Luft, Herr General. Wir schauen in die Luft? Meine Röcke steht schrecklich und Sie schauen in die Luft? Wir machen alles, was wir können. Oh, ist das richtig? Wir schauen in die Luft, Kommandant. Das könnte das Ende einer wunderschönen Freundschaft sein. Ich glaube, wir müssen jetzt leben. Ich werde drei, Kommandant. Ein, zwei... Jo, jetzt. Jetzt weint er gleich. Oh, oh. Du willst alle für das getroffen werden? Der dreht voll ab. Und er trifft nicht einen einzigen. Oha, der traut sich was. Unter dem Schloss. Oha, das ist mal... Interessant. Unter dem Schloss. Da an den Katakomnen, wo wir eigentlich schon mal waren, also. Interessant. Okay, ihre Wertung für diesen Einladen ist A. Ich denke mal, das liegt daran, dass wir die ganze Zeit gespeichert haben und die gespeicherten Stände auch wieder geladen haben. Von daher kommen wir auf diese Note. Zweimal verhaftet. Null Hinweise. Bla, 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 bla. Auswählen. Ach so, ja, weiter. Natürlich weiter. Und jetzt müsste es weitergehen. Es sei denn, dass Spiele stehen geblieben. So, ja, gut. Alles okay. Ich werde speichern. Einfach mal. Und wir sehen zu, wie wir ins nächste Kapitel kommen. Nach Kolditz. Das letzte Kapitel, das uns hier erwartet. Ich bin echt gespannt, was am Ende passieren wird. Auch wenn es jetzt nicht so schwer ist, vorherzusagen, was passieren wird. Ich denke mal, wir wissen alle, was da dann abgehen wird. Und was geht hier ab? General Stahl, what a wonderful surprise. It is always a pleasure to welcome. Silence! How dare you speak of pleasure when my rocket lies in pieces? Pieces, General? I don't understand. How dare you pretend you have not heard? That idiot who runs Stalag Luft may as well have called in the Bormers himself. This is grave news indeed, Herr General. But perhaps I can offer something to at least partially alleviate the pain. Guard? Ach, der Wiesel hier. Den gibt es auch noch. Please, Herr General, I mean to say, we have not yet debriefed the prisoner. You stole my plans from Stalag Luft. You somehow arranged the destruction of my rocket. And now, Englander, you will pay the price. Given the chance, General, I'd have strapped you to that rocket and lit the touch paper. Oh. Herr General. Oh, da sind wir. Na, toll. Was is the meaning of this? Wait a minute. I remember you. You were in Stalag Luft. So. You tried to escape in my car. Oh, need to end up inadvertently transferring yourself straight into another prison camp. This is most amusing. Ha, 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 ha. Is that not amusing, Commandant? Ha, 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 ha. He has brightened up my day considerably. Ha, 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 ha. And prisoner Harding, Herr General? Well, throw him in so cool. I will deal with him later. Ah, it is, of course, most agreeable to be reacquainted with you, Captain Stone. But it grieves me to think that a man of your courage is likely to spend the rest of the war behind bars. I bust out of this place once. Don't see why I couldn't do it again. Might not be quite that simple, Stone. You see, Jerry seems to have rather upped the ante. Oh, yeah? We've concocted one scheme after another and planned them in meticulous detail. Merely for us to be filed by the Germans each time at the penultimate moment. The only fellow to make any sort of headway was the SOE chap, Harding. Decided to go it alone. Didn't seem to trust anyone. Wouldn't even tell us what he was up to. Just kept disappearing off up into the attic above the chapel. The attic, huh? Guess I could go check it out. Indeed, Captain. Colonel Aladin has been removed from the picture, but we might perhaps salvage something of his work, no? Mum's the word, though, eh, Stone? We're not quite sure, who can be trusted just now. Oha! Die haben hier einen Zaun hingeknallt. Das ist mal sehr interessant. Und es ist so ruhig. Richtig ruhig. Aber das ist mal cool. Die haben hier einen Zaun hingeknallt. Das ist der einzige Eingang anscheinend. Okay. Letzter Kapitel hier in Coldits. Der hat was gesagt von Harding, der immer auf dem Dachboden verschwunden ist. Das ist das einzige, woran ich mich noch erinnern kann, als ich das damals, vor ein paar Jahren, gespielt habe, das Spiel. Deswegen weiß ich schon, was uns da oben erwarten wird. Ähm, nur ich werde trotzdem... Ich überlege gerade, wie ich das Ganze mache. Es scheint ja so zu sein, als hätten die hier echt viel geändert. Oh, oh, hier darf ich jetzt gar nicht mal rein. Das war schon der erste Fehler anscheinend. Ich werde mich einfach mal unterhalten mit den ganzen... Das Dumme ist, ich habe keine Zahlungsmittel. Ähm... Die kann man sich aber ja holen, ne? Aber hier ist auch nichts. Ah! Na dann gehen wir einfach mal rein. Und ich werde mich dann mal ein bisschen mit denen unterhalten. Oder ich hole mir einfach mal gleich neue Zahlungsmittel, indem ich hier reingehe. Wenn das denn so wie früher ist... Es ist so wie früher, weil es stützt ja schon mal wieder ab. Das ist aber wieder herrlich. Jetzt geh da einfach mal rein. Nein, so würde ich das gar nicht an. Nichts. Hier ist echt gar nichts, ähm... Von Zahlungsmitteln zu sehen. Das ist schon mal echt interessant. Ähm, gut. Ich unterhalte mich einfach mal mit den ganzen hier. Ja, das ist das Problem. Wir haben keine Zahlungsmittel. Hm, hm, hm. Ich rede einfach erst mal mit denen. Ich habe ich während meiner Abwesenheit viel verpasst, Worthington. Ich habe mich nicht mehr als ich bin, Worthington. Sehr wenig, zu sagen, Herr. In fact, während du und Harding sind weg, die Escape Committee hat sich eher in einem Routen verpasst. Ich habe es versucht, aber jederzeit hat sich in einem Routen verpasst. Aber jederzeit hat Geri hat sich in den letzten Momenten verpasst. Es ist wirklich sehr demoralisierend. How come? Did they catch you out of two? Alas, they did. I'd hatched a scheme to disguise myself as the postman, knock him over the head as he made his delivery, and pedal off down the road on his bicycle. I'd spent two weeks perfecting my Reich's post uniform. And what happened? Never even got the chance to try it on. They burst into the barracks one day and found it under my mattress, practically the first place they looked. I got four days in the cooler for that. Why all the heavy security? I really couldn't say, sir, though I'm endeavouring to find out. I'm convinced it has something to do with the general. The general. I'll speak to you later. I think we're on a spitzel under us. Who knows? A fellow flyer, eh? Good to meet you. The name's Crown. Rotten being brought down to earth like this, isn't it? I was on spit, clipped the wings of six Huns before the Rotters punched a hole in my fuel tank over Antwerp. Das sind alles andere hier. Die kenn ich gar nicht mehr. And you been in here how long? Only a couple of weeks. But with yours truly out of the picture, I bet the skies are fast filling up with 109s and Fockwolves. What I'd give to me back in the cockpit. Have you tried making a run for it? Have I? Ha! I'm taking a shot at practically every scheme the escape committee can muster. But just when we think we got away with it, there's Jerry with all that Hander-hoch-Nonsense. Really is most frustrating. Hander-hoch. Oh nein, warte, ich wollte ja noch den hier. Ähm. Ach man! Ja gut, kein Bock mehr mit denen zu reden. So, kommen wir in den nächsten Mal. Wiedersehen, huh? I wouldn't bank on getting out so easily this time. The crowds are a lot smarter than they used to be. What's the deal with getting a little help around here? Hey Captain, you got something on the boil, right? Well, how about hiring the boys? 25... Hätte ich die? Ich bin hier. Wenn ich die hätte, ja, wenn ich die hätte. Ach ja, ach ja. Wo kann man denn hier rumgehen? Ich würde sagen, ich... Stopp! Or I will fire! Ach, blöde Kacke. Ja gut, ähm... Hm. Let us hope you are not afraid. Neben Harding auch noch. Bleibt ja keine andere Wahl als jetzt hier irgendwie. Wo sind wir denn jetzt, bitteschön? Das ist doch mal ein ganz neuer Ort. Das ist ein neuer Abteil. Wo sind wir denn hier? Freunde? Das ist dieser andere Teil von der Barake, ne? Ich muss Zahlungsmittel... Ohne Zahlungsmittel kommt doch hier kein Schwein weiter. Also mal ehrlich. Was soll ich denn jetzt hier bitteschön machen? Das ist total strange. Hier sind nirgendwo Zahlungsmittel. Echt nirgendwo. Von daher frage ich mich gerade, wo ich hin muss. Okay, ich werde mir einfach irgendwas besorgen. Ich werde jetzt einfach mal da hingehen. Einmal hier hoch. Und, äh... Mach mich auf der Suche nach Zahlungsmittel. Was anderes geht auch gar nicht. Ach, geh doch runter. Das sind Trottel, ey. Die sind so blöd. Aber man muss halt irgendwie durch... Ja, das ist mir okay. Das ist mir egal. Ohne Zahlungsmittel kann ich halt nix machen. Also ehrlich, mal Freunde. Ich brauche ne Wachuniform. Ich brauche eigentlich alles. Ich bräuchte, ähm, Abendappell. Das ist gar nicht so schlecht. Nö, ich brauche erstmal n Dietrich und alles. Das kann gar nicht hier so, ne. Das ist alles unmöglich. Jop. So. Ich gehe einfach mal hier lang. Ey, Mann, Mann, Mann. Und jetzt? Ich muss mich auf die Welt gehen. Ja. Alles klar. So. Gibt's hier irgendwas? Ich kann was sehen. Da ist was. Alles klar. Stopp! Oder ich will Feuer! Ich kann was sehen. Steinschleuder haben wir. Stopp! Oder ich will Feuer! Ich will Feuer! Lauf! 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 Ach, scheiße. Yo, das war echt fies. Gib den an. Weiter, ja, weiter, weiter. Haben wir die Steinschleuder jetzt? Haben wir nicht mehr. Schade, aber ich brauche ihn ja irgendwie auch gar nicht, ne? 20 Zahlungsmittel, das hat's ja echt gebracht. Wie soll ich denn hier mal so einen ganzen Haufen von Zahlungsmitteln aufbauen? Das kann ja Jahre dauern. Ich muss an die ganzen Informationen rankommen. Ja, das stimmt. Äh, irgendwie. Was auch immer der jetzt wollte. Was ist das? Ja, gar nichts ist da. Ich glaube, das wird echt lange dauern, bis wir dieses Kapitel abgeschlossen haben. Das wird zu lange dauern, das Ganze. Wo muss ich hin? Dachboden oder so, ne? Jo. Ich muss doch da hin, irgendwie. Ach du meine Güte. Okay, ich werde einfach mal hier lang gehen. Mich auf die Suche nach Zahlungsmitteln machen. Irgendwie, irgendwie wird das ja klappen. Muss es klappen. Die besprechen da irgendwas anscheinend. Gibt es hier irgendwas? Da ist ein... Messingschlüssel. Immerhin. Immerhin. Was ist denn hier? Wo geht es denn hier lang? Wartet mal. Da kamen wir raus. Hier geht es rein. Und da geht es auch nochmal raus. Interessant. Okay. Ich werde erstmal hier lang gehen. Das ist... Das sieht... Ah, echt. Wow, wow, wow. Echt. Das hier gar keiner ist. Das sieht alles sehr geheimnisvoll aus. Da geht es runter in die Quarta kommenden, habe ich das Gefühl. Also wir wissen jetzt schon mal, wo es lang geht. Und zum Ende des Kapitels sind, zum Ende des Spiels, denke ich mal, dass wir da irgendwie runter müssen. Und so... Da oben ist auch einer unterwegs. Hm. Die Tür ist lockt. Mist. Ich kann etwas sehen. Stopp! Oder ich will Feuer! Lauf! 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 Halt! Halt!